Guten Tag, mein Name ist Veronika Emily Pohl und ich bin heute im Auftrag von Michelin zu einem rasanten Thema unterwegs, den immer weiter steigenden Spritkosten. Was macht das jetzt mit dem Beruf der Spediteure? Das erzählen uns gleich Stefan Mayer und Bernd Moser. Die beiden Flottenmanager haben mir erzählt, an welchen Stellschrauben sie so drehen können. Hallo Herr Mayer, herzlich willkommen. Dankeschön. Mein Name ist Stefan Mayer, ich bin Geschäftsführer der Spedition Schulz & Sohn. Wir sind eine Kraftwagenspedition mit 35 eigenen LKWs. Unser Schwerpunkt ist der internationale Fernverkehr. Neben den LKWs haben wir auch noch ein Lager, eine Waschstraße, eine Werkstatt und eine Speditionsabteilung. Guten Tag Herr Mayer. Schön Sie zu sehen. Ja, schön Sie zu sehen. Sie haben eine gute Anreise gehabt. Ja, alles zu bestens gewesen. Mein Name ist Bernd Moser. Wir bewegen uns in den Seehäfen. Das heißt, wir ziehen Träler, die aus Skandinavien kommen. Mit den Fähren werden die in Traubemünde abgestellt und Kiel in Rostock in den Seehäfen. Und die nehmen wir auf und fahren die entsprechend durch Europa. Das Thema heute sind ja die steigenden Kraftstoffpreise. Seit wann spüren Sie den Anstieg der Preise denn schon? Also wir haben eigentlich relativ ordentliche Preise gehabt Anfang 2021. Da lag der Preis noch bei 1,06 Euro der Liter. Und Mitte 2021 ist der Preis dann so auf 1,20 Euro, 1,25 Euro gestiegen. Hat sich sehr lange konstant gehalten. Der Schock ist ja erst nach dem Einmarsch gekommen, dass im März die Preise plötzlich auf 1,75 Euro, 1,99 Euro. Ich habe hier eine Charge eingekauft für 1,99 Euro. Das war der höchste Spritpreis, den ich jemals bezahlt habe. Wir haben eine geringe Gewinnmarge und dann müssen wir es 1 zu 1 weitergeben. Also das bisschen, was überbleibt am Ende des Tages, ist schwer zu teilen. Also kann man natürlich noch, aber dann wird es irgendwann uninteressant. Wie verändert die Preissituation Ihren Alltag als Manager dieser Flotte? Der ukrainische Konflikt mit dem Einmarsch hat sehr plötzlich eigentlich begonnen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man gar nicht so schnell reagieren konnte, wie die Preise gestiegen sind. Die Fahrzeuge brauchen zwischen 27 und 32 Liter, je nach Beladung und Zustand des Trailers. Und da ist das natürlich schon ein riesen Kostenfaktor. Deswegen gucke ich auch beim Einkauf logischerweise, dass ich da möglichst günstig einkaufe. Und auf der anderen Seite eben halt auch beim Verbrauch. Das heißt also, wir versuchen spritsparend zu fahren. Wie sorgen Sie dafür, dass Ihre Fahrer, Fahrerinnen bewusst fahren, ökologisch fahren? Ich rechne ja regelmäßig die Spritverbräuche von den LKWs aus. Und wenn das eben halt irgendwie abweicht, dann bespreche ich das auch mit den Fahrern. Also ich persönlich setze auch auf moderne Technik. Das heißt also, wir tauschen unsere LKWs regelmäßig aus. Und im Grunde genommen ist mit jeder Generation von LKW kommen eigentlich auch von den Fahrzeugherstellern schon Spritersparnisse rein. Inwiefern spielen denn die Reifen eine Rolle? Dadurch, dass wir neue Fahrzeuge haben, haben wir natürlich auch bei der Reifentechnik oder die neueste Generation. Da achten wir im Fernverkehr auch speziell auf energiesparende Reifen. Und wir fahren aus wie Michelin und das hat sich über die Jahre so entwickelt, dass wir da die besten Erfahrungen mitnehmen. Was die Haltbarkeit angeht, was das Abrieverhalten angeht, was die Lärmbelässigung angeht, sind wir mit dem Reifen sehr gut zufrieden. Inwiefern trägt die aktuelle Situation dazu bei, dass Sie darüber nachdenken, eventuell auf erneuerbare Energien umzustecken? Das fördert das natürlich, klar. Also der Unterschied zwischen erneuerbaren Energien und Diesel war eben halt sehr, sehr groß. Und je teurer der Diesel wird, desto kleiner wird die Lücke, sage ich mal so. Es ist immer noch so, also erneuerbare Energie bei uns im Fernverkehr, es wäre jetzt im Moment Wasserstoff, das wäre die Lösung. Es gibt jetzt einzelne Pilotprojekte, aber ich kenne so ein bisschen die Preise und da ist noch eine ganze Menge Luft. Das heißt, Ihre Devise ist flexibel bleiben? Flexibel bleiben, ich tätige keine großen Investitionen. Wenn es denn eine Rezession gibt sogar, dann kann ich nicht mehr alle beschäftigen. Dann will ich aber auch keine Rate bei der Bank mehr bezahlen müssen. Dann will ich das auch entsprechend frei haben. Okay, dann ist das Auto eben sechs, sieben Jahre alt. Aber ich habe eine eigene Werkstatt, ich kann das alles wuppen, das ist kein Problem für mich. Also von so her haben wir da keine Sorgen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben gesehen, dass die Transportunternehmen im Alltag relativ wenig Spielraum haben, um auf Preissteigerungen einzugehen. Ökonomisches Fahren gehört dazu, die Wartung der Fahrzeuge, aber auch erneuerbare Energien werden immer wichtiger und die bedürfen noch Förderung. Wir würden sagen, es ist Zeit, den Gang dafür einzuschalten.